Der Druck auf Angela Merkels Refugee-Welcome-Politik wächst weiter. Nun machen auch Intellektuelle mobil und vielleicht müssen sich die Altparteien schon bald im Bundestag ihren Kritikern stellen. Und damit herzlich willkommen zu die Woche Kompakt, dem Wochenrückblick des Kompakt-Magazins. Diese Themen haben wir für Sie vorbereitet. Asylchaos. Erklärung 2018 wird Petition im Bundestag. Es ist eine Art Ablasshandel gegen die Toten des Dritten Reiches. Höcke in Dresden. Thüringens AfD-Chef setzt auf Kapitalismuskritik. Dort und dort die Kräfte des Establishments und ihre Hetzmeute. Demokratiefeinde. EU erzwingt Sperrklausel bei Europawahlen. Das Ziel ist also eindeutig, die Altparteien in Deutschland zu bevorzugen. Kalter Krieg. USA und Pakistan auf Konfrontationskurs. Brauner Schmutz. AfD antwortet auf CSU-Beschimpfungen. Die CSU ist für uns völlig und indiskutabel. Sperrfeuer. Washingtons Hardliner gegen Entspannung in Korea. Sie ist kurz, aber erfolgreich. Die nur zwei Sätze lange Erklärung 2018 unterstützten seit Mitte März im Internet rund 165.000 Menschen. Mit dieser Erklärung hatten sich zunächst Intellektuelle und Schriftsteller gegen die deutsche Asylpolitik ausgesprochen. Am Mittwoch wurden die Forderungen nun als Petition beim Bundestag eingereicht. Einen Tag später stellten sich die Initiatoren der Presse. Etwas verloren wirkten sie schon in den Weiten des Paul-Löbe-Hauses. Mit 165.000 Unterschriften im Gepäck bahnten sich Vera Lengsfeld, Hendrik M. Broder und Michael Klonowski ihren Weg zum Petitionsausschuss des Bundestages. Dort soll aus der ursprünglich als Wortmeldung von Intellektuellen gestarteten Erklärung 2018 nun eine offizielle Petition werden, einschließlich öffentlicher Anhörung im Parlament. Die Unterzeichner eint ihre Ablehnung der Flüchtlingspolitik, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Von diesen 80 Millionen Deutschen sind ungefähr 8 Millionen junge Männer im wehrfähigen Alter. Wehrfähig, sehr weit gesetzt, fast bis zum Volkssturm. Und das wandern junge Muslime ein. Frontex hat gerade gemeldet, es sind fast nur junge Männer, die gerade über den Ozean kommen. Sie richtet sich gegen diese Flüchtlingspolitik, die nicht nur politische, sondern auch moralische Aspekte hat. Es ist eine Art Ablasshandel gegen die Toten des Dritten Reiches und das finde ich schlicht unanständig. Vielleicht auch deshalb besteht die Erklärung 2018 aus lediglich zwei Sätzen. Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird. Darauf einigen konnten sich erst Unterzeichner wie der Schriftsteller Uwe Tellkamp, der SPD-Politiker Thilo Sarrazin und der Publizist Matthias Matusek. Es ist ein Protest der Intellektuellen, nicht der Straße. Ob etwa die Unterstützung für friedliche Demonstrationen auch für Pegida gilt, beantwortet Lengsfeld auf einer Pressekonferenz am Donnerstag nur ausweichend. Pegida ist ja nun bekanntlich schon Jahre vor unserer Erklärung entstanden und hat mit unserer Erklärung gar nichts zu tun. Pegida hat auch ein ganz anderes Anliegen, steht ja auch im Namen, gegen die Islamisierung des Amtslandes. Davon steht nichts in unserer Petition. Nach ihrem Erfolg müssen die Initiatoren nun allerdings erneut mobilisieren. Der Petitionsausschuss erkennt nur jene Unterstützer an, die sich zuvor beim Bundestag registriert haben. So sollen Doppelunterschriften verhindert werden. Ab 50.000 Unterstützern sieht eine allerdings informelle Regel die öffentliche Beratung im Ausschuss, einschließlich Übertragung im Parlamentsfernsehen vor. Hendrik M. Broder weiß wohl schon, was er dem Petitionsausschuss gerne sagen würde. Es machen Flüchtlinge Ferien in den Ländern, aus denen sie geflüchtet sind, weil sie dort politisch verfolgt wurden. Können Sie sich vorstellen, dass ein emigrierter Kommunist, schwuler Jude oder Zeuge Jehovas, der es geschafft hat, nach England oder Amerika zu entkommen, im Jahre 38 Ferien in Deutschland macht? Unterzeichnet werden kann die Petition auf der Internetseite des Bundestages. Nach der Freischaltung bleiben den Unterstützern dafür vier Wochen Zeit. Dann werden vielleicht auch Vera Lengsfeld und Hendrik M. Broder wieder in den Bundestag gehen. Bei seinem letzten Auftritt in Dresden sorgte Thüringens AfD-Chef Björn Höcke für mächtige Furore. Die Lügenpresse unterstellte ihm anschließend, er hätte das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Schande bezeichnet. Am vergangenen Montag trat Höcke erneut an der Elbe auf, als Redner bei Pegida. Die Begeisterung der Dresdner war Björn Höcke sicher. Erstmals seit Anfang 2017 trat der Thüringer wieder in Sachsens Landeshauptstadt auf. Bei Pegida vor dem historischen Zwinger am Herzen der Stadt. Höcke nutzte seine Rede dabei für scharfe Attacken auf die Mächtigen, denen er die Bildung einer transatlantischen Einheitsfront vorwirft. Diese geschlossene transatlantische Elite glaubt, den unverrückbaren Gang der Geschichte erkannt zu haben. Die gesamte westliche Sphäre leidet und ächzt noch unter der Knute dieses Establishments. In den vergangenen Monaten war es ruhig geworden um Björn Höcke. Nach seiner Dresdner Rede im Januar 2017 hatte die AfD-Führung ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet. Erst vor einer Woche lehnte das Parteigericht den Rauswurf ab. Aus der Bundespolitik hält sich der 46-Jährige seitdem jedoch erkennbar heraus. Tatsächlich hat sich Höcke in dieser Zeit politisch verändert und argumentiert erkennbar antikapitalistisch. Zum ungehemmten Globalkapitalismus gehört die vollständige Mobilität aller Produktionsfaktoren. Und da der Faktor Arbeitskraft, also der Mensch, als einziger noch nicht vollständig weltweit mobil ist, macht man ihm nun Beine und das mit einer gutmenschlichen Brutalität der besonderen Art und Weise. Positionen, bei denen Konflikte zwischen Höcke und dem neoliberalen Flügel der AfD wohl vorprogrammiert sind. Eine Entwicklung, die sich bereits auf dem AfD-Parteitag in Hannover abzeichnete. Im Interview mit Kompakt erklärte Höcke damals. Der neoliberale Ansatz ist total gescheitert. Er hat zu Verwerfungen geführt, die nicht tolerierbar sind. Ich möchte Deutschland als Nationalstaat erhalten. Ich möchte Deutschland als Sozialstaat erhalten. Zurück in Dresden. Auch sie durften nicht fehlen. Gruppen wie Dresden Nazi-Frei hatten zu einem Aufmarsch getrommelt. Deren Teilnehmer sehen sich selbst als Linke. Zumindest Björn Höcke betrachtet sie jedoch eher als Hilfstruppen des von ihm angeprangerten Kapitalismus. Dort und dort die Kräfte des Establishments und ihre Hexmeute. Dort die Kräfte der Auflösung, die Kräfte der Gleichheitung, die Kräfte der Friedhofsruhe, die Kräfte des politischen Todes. Kräften, denen sich Pegida auch künftig in den Weg stellen will. Aus Bundestag und Landtagen hält die Sperrklausel von 5% kleine Parteien meist draußen. Doch bei den Wahlen zum EU-Parlament kippte das Bundesverfassungsgericht 2014 die oft als undemokratisch kritisierte Hürde. Doch heimlich, still und leise wird sie nun von der Europäischen Union wieder eingeführt. Martin Müller-Mertens steht jetzt vor dem Kanzleramt in Berlin. Martin, ist die neue Hürde denn schon beschlossen? Na sagen wir es so, formal beschlossen ist es noch nicht, aber das ist wohl nur noch eine Formsache. Bis 26. Mai sollen die EU-Mitgliedstaaten einer neuen EU-Verordnung zustimmen, wonach zwingende Sperrklauseln bei den EU-Wahlen zwischen 2 und 5% betragen müssen in jedem Land. Damit die Frist auch eingehalten wird, holt Brüssel diese Zustimmung sogar im Umlaufverfahren ein, also ohne Diskussion. Als treibende Kraft gilt Deutschland, wo das Bundesverfassungsgericht die Klausel 2014 gekippt hatte. In der Folge mussten die Altparteien eine ganze Reihe von Sitzen an kleinere Konkurrenten abgeben. Neben Deutschland müssen aber auch die übrigen 26 verbleibenden EU-Staaten der Sperrklausel zustimmen. Gibt es Widerstand der übrigen Regierungen? Es gab Widerstand von Belgien, aber Brüssel hat sich auf Druck Berlins jetzt dazu durchgerungen, sich zu enthalten, was ja einer faktischen Zustimmung gleichkommt. Ansonsten ist die Regelung für die meisten kleineren EU-Staaten gar nicht relevant. Sie haben so wenige Abgeordnete, dass sich ohnehin eine faktische Klausel ergibt. Die liegt bei einigen Ländern teilweise bei 20%. Frankreich hat bereits jetzt eine Sperrklausel und Spanien wurde mit dem Versprechen geködert, die Klausel erst für die Wahlen 2024 einführen zu müssen. Das Ziel ist also eindeutig, die Altparteien in Deutschland zu bevorzugen. 2014 wurde die Hürde vor dem Bundesverfassungsgericht gekippt. Insbesondere die Parteien, denen nun der Verlust ihrer Mandate droht, werden doch sicher wieder nach Karlsruhe ziehen. Natürlich werden sie das, aber die Chancen sind sehr gering. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 2014 erklärt, dass es sich einer Sperrklausel im Europarecht nicht verschließen würde. Wie hoch die Klausel in Deutschland ausfällt, ist übrigens noch unklar. Allerdings war vor dem Urteil 2014 vom Bundestag schon einmal eine 3-Prozent-Hürde beschlossen worden, die dann gekippt wurde. So in etwa könnte es jetzt wieder ausfallen. Ob Asylwahn oder Demokratieabbau. Kompakt kämpft gegen den neuen Totalitarismus. Mit einer der wichtigsten Waffen. Unabhängige und seriöse Informationen durch Kompakt TV. Doch die Produktion dieser Sendung kostet viel Geld. Damit wir auch weiterhin jede Woche für Sie auf Sendung bleiben können, brauchen wir Ihre Hilfe. Ihre Spende kann die Zukunft dieser wichtigen Nachrichtensendung sicherstellen. Wie Sie spenden können, erfahren Sie in der Sendungsbeschreibung. Einst bauten die Geheimdienste der USA und Pakistans gemeinsam die Taliban in Afghanistan auf. Nun beschimpft Washington seinen ehemaligen Verbündeten, weil der angeblich den Terror im Hindukusch unterstützen würde. Die Stimmung zwischen Washington und Islamabad nähert sich dem Gefrierpunkt. Jetzt griffen beide Staaten sogar zu Methoden, die an den Kalten Krieg erinnern. Diese Bilder zeigte Pakistans Fernsehen im April immer und immer wieder. Ein Auto in der Hauptstadt Islamabad ignoriert eine rote Ampel und stößt gegen ein Motorrad. Ein junger Mann stirbt, ein zweiter wird schwer verletzt. Eigentlich keine Nachricht für ein Land, in dem pro Jahr rund 5000 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr lassen. Doch der Verursacher ist Joseph Hall, Militärattaché der US-Botschaft. Trotz diplomatischer Immunität verhängte Pakistans Justiz überraschend ein Ausreiseverbot. Ein US-Flugzeug, mit dem Hall außer Landes gebracht werden sollte, musste ohne ihn starten. Dass Pakistans Behörden in dem Fall durchgreifen, zeigt die Eiszeit zwischen den beiden Staaten. US-Präsident Donald Trump warf Islamabad im Januar in scharfen Worten Terrorunterstützung vor. Abdullah Khan vom Institut für Konfliktforschung hält das für eine Ausrede. Die Amerikaner haben ziemlich versagt bei ihrem militärischen Vorgehen in Afghanistan. Nun suchen sie Ausreden und beschuldigen Pakistan. Der eigentliche Grund für den Streit dürfte die Annäherung Pakistans an China sein. Der damalige Außenminister Kawaiyasi versuchte im vergangenen Jahr noch, die Beziehungen herunterzuspielen. Wir möchten, dass unsere Freunde ihre Beziehungen zu uns, Pakistan, als unabhängige Beziehungen betrachten, nicht um Druck auf dritte Staaten auszuüben. Doch das stimmt nicht. Im Januar kursierten Meldungen, Chinas zweiter Militärstützpunkt im Ausland solle im westpakistanischen Jivani nahe der Hafenstadt Gwada entstehen. Gemeinsam mit der Basis in Djibouti könnte Chinas Marine damit das Gebiet südlich der arabischen Halbinsel kontrollieren. Chinas Außenministerium bezeichnete die Berichte postwendend als unnötige Spekulationen. Ein klares Dementi war das nicht. Ebenfalls im Frühjahr sorgte dann Pakistans Ministerpräsident Shahid Kakan Abasi für Schlagzeilen, als er die Einführung des chinesischen Yuan als Reservewährung bekannt gab, mit einem deutlichen Seitenhieb auf die USA. Da die Dollarreserven unter Druck geraten sind, wird sich der Wechsel zum Yuan sowohl für China als auch für Pakistan positiv auswirken. Es wird auch dem Yuan helfen, eine internationale Währung zu werden. Eine Entwicklung, die auch in Washington nicht unbemerkt blieb. Wahrscheinlich deshalb frohen die USA zu Jahresbeginn ihre Hilfsgilder für Pakistan ein. Andrew Small von der transatlantischen Lobbyorganisation German Marshall Fund meint sogar, Pakistan ist nicht nur Chinas engster Freund, sondern man kann sagen, es ist Chinas einziger richtiger Freund. Am 11. Mai zog Washington die Daumenschrauben weiter an, wenn auch zunächst nur symbolisch. Pakistans Diplomaten in Washington brauchen nun eine Sondergenehmigung, wenn sie sich weiter als 25 Meilen von ihrer Botschaft entfernen wollen. Die Retourkutsche kam schnell, die US-Vertreter in Islamabad sind ab sofort auf einen Umkreis von 40 Kilometern um ihre Vertretung beschränkt. Feinde Bayerns und brauner Schmutz. Mit diesen Worten bezeichnet ein Strategiepapier von CSU-Generalsekretär Markus Blume die AfD im Freistaat. Fünf Monate vor der Landtagswahl nimmt die Auseinandersetzung zwischen der ewigen bayerischen Regierungspartei und der neuen Alternative an Schärfe zu. Doch wie reagiert die AfD? Kompakt TV sprach mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Hans-Jörg Müller. Also die CSU hätte erst das Gehirn anschalten sollen, bevor sie den Mund geöffnet hat. Warum? Es gibt die Hans-Seidel-Stiftung. Es ist ja immerhin die parteinahe Stiftung der CSU. Und die Hans-Seidel-Stiftung hatte erst vor kurzem festgestellt, dass die AfD im politischen Koordinatensystem exakt auf dem gleichen Platz steht, auf dem die Union 1998 gestanden war. Das heißt, wenn jetzt die CSU behauptet, wir, die AfD, seien brauner Schmutz, dann sagt die CSU damit gleichzeitig aus, dass von 1949 bis 1998 die CSU ja dann logischerweise auch selbst brauner Schmutz gewesen sein soll. Ich meine, wir sind natürlich qua Logik die Nachfolgepartei der CSU und werden sie natürlich mittelfristig bereits in Bayern beerben. Und natürlich haben sie Angst jetzt, den Platz an uns zu verlieren. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die hier so kopflos hantieren. Die CSU hat sich inzwischen in Richtung des linksextrem versifften gesamtpolitischen Lagers entwickelt. Und deswegen ist eben der Platz für uns frei geworden. Also ich sage mal, da würde ich lieber hier Gras zu mir nehmen, wenn sonst nichts auf dem Teller liegt, bevor ich mit solchen Leuten überhaupt jemals überlegen würde, in eine Koalition einzutreten. Also die CSU ist für uns völlig und indiskutabel. Fast sah es nach einem warmen Frühling zwischen den USA und Nordkorea aus. Am 12. Juni wollen sich deren Staatsführer Kim Jong-un und Donald Trump in Singapur treffen. Doch nun steht die Annäherung schon wieder auf tönernen Füßen. Grund dafür ist gezieltes Störfeuer aus Washington. Es ist eine Demonstration der Stärke. Mit rund 100 Flugzeugen, darunter strategischen Bombern vom Typ B-52, proben die USA und Südkorea seit 11. Mai den Krieg. Aus Sicht Nordkoreas eine Provokation. Als Reaktion ließ Pyongyang ein geplantes Treffen mit dem Süden am Mittwoch platzen. Zudem drohte die Nachrichtenagentur KCNA mit einer Absage des Treffens von Regierungschef Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump im Juni. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, gab sich überrascht. Kim Jong-un hat zuvor gesagt, er verstehe die Notwendigkeit und die Nützlichkeit, wenn die USA und die Republik Korea ihre gemeinsamen Übungen fortsetzen. Eine Erklärung, die eher Ratlosigkeit auslöst, dass Kim Jong-un die Kriegsübungen an seiner Südgrenze als nützlich bezeichnet, ist unwahrscheinlich, zumal sich die Hinweise verdichten, dass Hardliner in Washington die Entspannungspolitik torpedieren. Darunter Ruben Gallego, der für die Demokratische Partei im Repräsentantenhaus sitzt. Der Verteidigungsausschuss des Parlaments unterstützte in der vergangenen Woche den Antrag Gallegos, dass die Zahl der US-Einsatzkräfte in der Republik Korea nicht unter 22.000 fallen darf, bevor der Verteidigungsminister bescheinigt hat, dass ein Unterschreiten dieser Zahl für die nationale Sicherheit notwendig ist. Der Antrag wirkt wie eine reine Provokation, denn eine Reduzierung der US-Truppen in Südkorea wird gegenwärtig gar nicht diskutiert. Auch im Umfeld Trumps scheint die Annäherung unter Beschuss zu geraten, so schlug der nationale Sicherheitsberater John Bolton öffentlich vor, mit Korea ein Abkommen nach dem Modell Libyens zu schließen. Tripolis hatte 2004 seine Nuklearambitionen abrupt beendet. Donald Trump drohte Pyongyang am Donnerstag sogar mit einem Regime-Change nach libyschem Vorbild, sollte sich Nordkorea nicht auf einen Deal nach den Wünschen Washingtons einlassen. Nordkoreas Vize-Außenminister Kim Ki-Kwang machte deutlich, Die Welt weiß zu gut, dass wir weder Libyen noch der Irak sind, deren Schicksal sehr unglücklich war. Die Forderung Boltons war keine Überraschung. Im Sender Fox News schlug er bereits im März vor, Trump solle im Falle eines Gipfeltreffens gegenüber Kim Jong-un erklären. Ich freue mich hier zu sein und über nukleare Abrüstung zu sprechen. Also sagen Sie mir, welche Häfen amerikanische Schiffe anlaufen können, auf welchen Flugplätzen amerikanische Transportmaschinen landen können. Worte eines Mannes, der die US-Außenpolitik maßgeblich mitbestimmt. Das war's für diese Woche von die Woche kompakt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Am kommenden Sonntag sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.